Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Und in der heutigen Folge reden wir darüber, warum sehr, sehr viele Makler digital einfach gnadenlos scheitern. Also, sind digital präsent, machen was auf Social Media, egal ob sie was posten auf Instagram, auf LinkedIn was machen, auf Facebook einen Beitrag reinpacken oder vielleicht sogar Werbung schalten auf den Kanälen und dann floppt das komplett, dann geht das komplett nach hinten los. Und es gibt ein paar Gründe, warum das so ist. Das heißt, das passiert nicht einfach so, weil vielleicht in der Region die Leute sind, die Facebook nicht so mögen. Nein, kompletter Quatsch. Das ist immer ein bisschen dieser Ausrede, die viele sagen. Ja, meine Region sind alles so Leute, die mögen kein Facebook. Nein, das ist nicht der Grund. Es gibt andere Gründe, warum das so ist. Und das heißt, wenn du Makler bist und du sagst, du möchtest unbedingt digital werben, was schon mal der richtige Schritt ist, weil es die einzig relevante Lösung ist, um an Alleinaufträge zu kommen langfristig. Aber du sagst, ja, du willst digital werben, aber irgendwie das läuft nicht. Ich komme da nicht ran oder ich kriege irgendwie so negative Beiträge. Also irgendwas ist nicht stimmig für dich. Dann ist diese Folge super relevant für dich, weil dann können wir dir mal genau aufzeigen, woran das bei dir liegt. Und du kannst ja mit einer Art Checkliste dann mal deinem Unternehmen durchgehen und schauen, ob du den oder den anderen Fehler hier begehst. Genau, das sind ja immer die Punkte. Ich meine, ich kann es ja mal aus der Kundensicht ein bisschen erklären. Ich meine, ich bin an der Front tagtäglich, telefoniere mit den Kunden und es kommt ständig. Online-Marketing funktioniert nicht, so wie du es gerade sagst. Die Leads kommen nicht, die sind teuer, die sind schlecht. Facebook funktioniert schon gar nicht mehr, weil mein Klientel ist nicht auf Facebook vertreten. Naja, ich weiß nicht, wer Immobilien verkauft, aber Kinder sind es nicht. Also passt Facebook doch ganz gut mittlerweile. Und das sind immer diese Punkte, die immer reinkommen. Und jetzt müssen wir einfach mal aufklären, warum ist das so? Ist es wirklich so schlecht, weil am Ende des Tages sagt jeder Makler, naja, ich bin der Beste, ich bin der Beste mit meiner Arbeit, meine Leistung ist die Beste. Und jetzt kommt der erste Irrglaube. Nicht das Produkt, was am besten ist, lässt sich am besten verkaufen, sondern das Produkt, was am besten vermarktet wird. Und das ist so bei mir Grundthema Nummer 1, was ich einfach so gesehen habe. Oder was mir immer wieder auffällt, ist, es funktioniert einfach nicht, weil das Unternehmen nicht attraktiv nach außen ist. Natürlich wird Werbung geschalten, natürlich habe ich einen Social-Media-Auftritt, was auch immer. Aber sobald ich auf die Webseite gehe und die, weiß ich nicht, 1990 erstellt wurde oder 1995 und einfach aussieht wie dahingerotzt, muss man fast schon sagen, naja, da hilft mir auch die Beste-Online-Werbung nicht. Also wenn ich da das Ding habe und so gesehen werde, kann es nicht funktionieren. Aber das sehen halt viele nicht. Ich meine, du kannst gleich natürlich auf die Werbesicht ein bisschen eingehen. Aber was so Punkt Nummer 1 ist, selbst wenn du aktiv bist, bist du attraktiv. Zweitens, bist du richtig aktiv. Wir hatten eine andere Podcast-Folge, wo wir auch gesagt haben, es müssen ja erstmal die Basics geschaffen werden und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein Thema der Checkliste. Ich kann nicht einfach drauf loswerben und die besten Resultate erwarten. Wenn ich mich jetzt auf Marathon vorbereite, renne ich auch nicht einfach los und sage, okay, wird schon irgendwie, ich habe eine gewisse Vorbereitung, damit das Ganze funktionieren kann. Und genau das ist das Hauptproblem. Richtig, das ist das Hauptproblem. Und das ist das Thema, du hast es gerade schon gesagt, Webseite und so weiter auftreten. Es ist am Ende des Tages Branding. Es ist am Ende des Tages, wie sehe ich als Unternehmen aus? Und was ganz, ganz vielen Unternehmern und natürlich deswegen auch im Immobilienmarkt dann schwerfällt, ist mit so einer Art Vogelperspektive mal auf das Unternehmen zu blicken. Weil häufig ist man ja schon 10, 15, 20 Jahre im Geschäft. Man hat einmal die Webseite vor ein paar Jahren teuer irgendwie erstellen lassen. Man hat das Logo machen lassen. Man hat ein paar Bilder auf die Seite packen lassen. Aber hat seitdem nichts verändert. Und man schaut sich die Sicht vielleicht hin und wieder an, aber man realisiert eigentlich nicht, wie stark diese Seite und damit das Gesamtauftreten, das Branding so vom Markt abdriftet. Aber genau das am Ende des Tages ist eigentlich das Problem, warum du durch so eine Seite, so ein Auftreten und wie du es gemacht hast, wie du bist, eigentlich viel mehr Leute wegschießt, also disqualifizierst, als eben qualifizierst. Und mir fällt da ein sehr, sehr gutes Kundenbeispiel. Einmal, wir sind auch mit vielen, vielen Kunden im Gespräch und es gibt zum Beispiel einen Kunden bei uns, dem mussten wir das so ein bisschen erklären, wie das so funktioniert. Der hat auf seiner Seite ein Bild gehabt, wo er so ein bisschen aussieht, also man kann es ja mal offen sagen, das sah so ein bisschen aus wie so ein Knastbild. Unser Giovanni meinst du. Genau, also wie so ein Bild, wie so ein Gefängnis fotografiert. So irgendwie sehr dunkel, schwarz-weiß, ein Gesichtsausdruck wie auf einem Ausweisfoto, das heißt ohne Emotionen und dann wurde das so auf die Seite gepackt. So, für ihn ist das normal, weil er sagt, er hat das Bild gemacht, er sieht das nicht mehr. Wenn wir aber so aus Kundensicht draufschauen, das machen wir bei jedem Kunden, dass wir diese Kundenbrille aufsetzen, Eigentümerbrille aufsetzen, auf die Seite draufschauen, würde man, wenn man das Bild sieht, man hätte Angst, sich da zu melden. Man hätte Angst, dass dann irgendwie drei schwarze BMWs vor der Tür stehen und mit Schlagstöcken oder Schlagringen die Tür eingetreten wird, um das mal so zu sagen. Und das ist halt super, super kritisch und da muss man einfach super aufpassen. Der gleiche Kunde geht noch einen Schritt weiter. Das war, glaube ich, eine Situation, die hast du mir vor ein paar Tagen geschildert, dass du da mal so einen kleinen Call gemacht hast und bei ihm mal auf der Festzeits-Telefonanlage rausgekommen bist und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was dir da so entgegengekommen ist, wie er da so, wie er das erste Mal mündlich auf einen Kunden oder eben auf dich in dem Fall reagiert hat. Absolut, also auch damit alle, die den Podcast hören, verstehen, wo wir gerade sind in den Phasen. Das Erste ist so dein Branding, deine Außenwirkung, wie wirst du wahrgenommen? Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, den ich momentan eh jetzt gleich angekreidet hätte, aber da passt das Beispiel ganz gut und das ist dein Vertrieb und deine Kommunikation. Ich habe besagten Kunden angerufen gehabt, nicht erreicht, auf die Mailbox gesprochen und dann habe ich halt einen Rückruf bekommen. Ich wusste, wer das ist. Ich bin rangegangen, ja hallo, habe mich vorgestellt und dann kam erst mal so richtig plump und gelangweilt, ja, wer ist denn da? Ja, hallo? So, ja, Harald hier, weil man verabredet. Ach so, ja, die Stimmung wurde aber auch nicht besser und das war für mich so ein Indikator, okay. Ich hätte jetzt auch ein Kunde sein können, der wirklich Bedarf hat, hey, ich möchte meine Immobilie verkaufen in Raum X, habe dich nicht erreicht, ich hinterlasse eine Nachricht, ich werde zurückgerufen, dann ist das so die Aufmachung. Ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf und das ist das Problem einfach so, diese Art und Weise, wie es kommuniziert, dann geht es weiter, der Vertriebsprozess, viele Makler haben einfach die letzten Jahre verlernt zu verkaufen oder zu kommunizieren, weil es nicht mehr notwendig war. Momentan ist es so wie beim Bäcker gewesen sonntags, ich kann meine Brötchen verteilen, die Zeiten sind es rum, jetzt muss man halt wieder verkaufen und das ist halt auch ein Riesenproblem, weil erst heißt es, es kommen zu wenig Leads, jetzt haben wir gesagt, okay, deine Sichtbarkeit muss angepasst werden, dann heißt es, die Leads passen nicht, die sind unqualifiziert oder möchten nicht verkaufen, naja, dann reflektiere doch mal selber, vielleicht liegt es an dir selbst, dass du mit den Personen nicht richtig sprechen kannst, weil ich meine, es ist ein emotionales Thema, wenn ich jetzt mein Haus verkaufe, wo meine Kinder groß geworden sind, wo ich geboren wurde, was auch immer, dann möchte ich schon einen Makler, der Gute ist und wenn da so ein halbkrimineller oder ein arroganter Makler kommt oder jemand, der mich nicht ernst nimmt und nur das Geld sieht, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich als Kunde kann mir am Ende des Tages aussuchen, wenn ich jetzt das online reinstelle, keine Ahnung, ich gehe auf Ebay-Kleinanzeigen, Facebook-Gruppen und sage, hey, ich habe mein Haus zu verkaufen, welcher Makler möchte das? Gib mir eine halbe Stunde und ich habe wahrscheinlich 20 Makler, die das verkaufen möchten. Und da muss man einfach mal umdenken am Ende des Tages. Genau, so ist es. Auch bei dem Beispiel, über das wir gerade gesprochen haben, haben wir es tatsächlich geschafft, mit diesem Branding, mit dieser verkäuferischen Fähigkeit oder auch Nicht-Fähigkeit, Alleinofträge und auch Umsätze zu versorgen. Man muss aber auch sagen, und das haben wir auch mit dem Kunden gemeinsam natürlich dann herausgefunden, dass er selbst auch Aufträge verloren hat an seiner Konkurrenz. Und das ist nämlich ein weiteres Problem. Selbst wenn du es schaffst, mit sehr schlechten Branding, mit sehr schlechten verkäuferischen Fähigkeiten, irgendwie Leads anzuziehen, dass dann auch Leute sich bei dir melden, was schon wirklich ein Meisterwerk ist, ein Kunststück ist, sich bei einem mies gelaunten Knastfoto zu melden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man aber dann gegen Konkurrenz einfach verliert. Und das muss man einfach dann klar machen, weil das passiert, entweder melden sich Leute bei dir gar nicht oder du verlierst irgendwann gegen die Konkurrenz. Und das ist halt wirklich ein wichtiger Faktor und das muss man einfach hinbekommen. Und deswegen, wenn es bei dir digital nicht funktioniert, und das ist ja Thema, wie gesagt, dieser Folge, und irgendwie du kommst digital nicht voran, dann prüfe auf jeden Fall zum einen dein Branding, wir hatten jetzt Webseite angesprochen, Bild der Person, das geht aber auch noch weiter, es geht um Farben, Logo, es geht mal auf, wie sieht dein Instagram-Profil aus. Also schau einfach aus der Kundenbrille drauf, sieht es gut aus, aber eben auch aus Verkäufer-Sicht, denk immer, angenommen, du bist der Eigentümer und du telefonierst selber mit dir, würdest du Lust drauf haben, mit dir tiefer zu sprechen. Und wenn du nicht 100% Ja sagst, das würde ich auf jeden Fall, dann ist bei dir irgendwas in der Kommunikation nicht richtig. Und ich möchte mir noch ein Beispiel geben, um das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen. Stell dir vor, du hast richtig, richtig Hunger und du willst einen richtig knackigen, saftigen Burger essen und du hast Lust, in ein Burger-Restaurant zu gehen. Das Marketing für das Burger-Restaurant machen wir, statt der Marketing GmbH. Du bist natürlich weiter in der Restaurantleiter. Wie sieht das Ganze aus? Du fährst mit dem Auto hin, Parkplatz, parkst da, steigst aus dem Auto aus, gehst auf das Restaurant zu und siehst ein richtig, richtig gutes Werbeplakat, wo der Burger da gelegt ist. Alles sieht frisch aus, die Salatblätter, richtig frisch und knackig, mehrere Scheiben, Bacon irgendwie oben drauf. Also du hast richtig Bock, schon allein aufgrund dieses Plakats diesen Burger jetzt zu essen. Du sagst, okay, wegen diesem Plakat, wegen diesem Burger gehe ich jetzt rein. So, das war unser Job. Ab jetzt beginnt dein Job. Die Person betritt das Ladengeschäft, das Burger-Restaurant und das Erste, was auffällt ist, es liegt Müll an den Ecken rum, es ist absolut dreckig, absolut nicht sauber, die Scheiben sind verschmiert, es sieht absolut nicht einladend aus. Das am Ende des Tages ist dein Branding. Du hast deinen Laden nicht sauber gehalten für die Zielgruppe und dann, die Person ist noch dabei. Sie ignoriert mal diesen ganzen Müll überall und auch vielleicht die Ratte, die links und rechts vorbeiläuft und geht jetzt zur Theke und möchte jetzt was bestellen und dann kommt dir eben ein Verkäufer entgegen, der absolut gelangweilt, eigentlich keinen Bock hat, die Bestellung entgegenzunehmen, aber doch irgendwie mit dir sprechen möchte. So, da würden wahrscheinlich nur die absolut härtesten kaufen, die wahrscheinlich, wenn sie noch Meter laufen, umfallen, weil sie zu viel Hunger haben, dann würde man es vielleicht machen. Die Frage ist, ist der Burger gut? Das ist dann die Sache, das ist noch die große Frage, ist der Burger gut? Ja, aber genau das ist der Punkt. Aber genau das ist der Punkt. Und wenn das so ist, dann würde man es nicht verkaufen und vielleicht mal so ein bisschen bildlicher dargestellt, warum viele Makler eben aufgrund dessen digital einfach nicht überleben. Ja, und das ist der Punkt, aber das ist nochmal wichtig, hast du gesagt, viele vergessen das einfach, die sagen immer, das Marketing ist schuld, aber es ist ja so viel mehr am Ende des Tages. Am Ende sind es so viele Komponenten, die jetzt einfach hier zusammenkommen. Du hast es jetzt mit dem Restaurant ganz gut beschrieben und das ist halt genau der Punkt. Und das sollte jeder für sich mal reflektieren und das ist by the way auch genau das, was wir prüfen, bevor wir ein Angebot rausgeben und sagen, okay, können wir dich vermarkten oder können wir dich nicht vermarkten und wenn ja, weisen wir dich auch auf diese Fehler darauf hin. Also wenn wir sagen, hey, deine Fotos sind schlecht, das ist schlecht und das ist schlecht, es muss geändert werden und wenn sich ein Kunde querstellt, dann sagen wir, okay, es verfälscht aber die Ergebnisse. So transparent muss man sein und jede Agentur, die das nicht macht, die bescheißt euch einfach, warum wir euch das Geld aus der Tasche ziehen. Richtig, richtig und so sehen wir uns aber auch nicht nur als Agentur, die ihren Job macht und irgendwie Werbung schaltet, sondern eben auch nochmal einen Schritt weiterschaut. Das ist der Punkt und wenn du genauso jemanden suchst, das heißt jemanden, der dein Marketing komplett übernimmt, dir auch mal proaktiv, auch vertrieblich ein paar Hinweise gibt, dann geh mal auf schneider-marketing.com, sichere dir dein kostenfreies Beratungsgespräch und dann können wir uns das Ganze mal intensiv anschauen. Wir freuen uns, bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao.